Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr bekommt ab dem 7. April einen superschönen Aspekt von Liebesplanet Venus. Die Liebesgöttin gerät zwar später im Monat ganz schön unter Druck, aber zu eurer Sonne verhält sie sich freundlich. Manche Löwen haben sich bei mir beklagt, dass es im Moment gar nicht so gut für sie läuft. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass ihr im Horoskop Planeten im Krebs oder in der Waage habt, die jetzt stressige Aspekte empfangen. In dem Fall gönnt euch doch einfach mal eine Horoskopberatung bei mir. Da kann ich euch bestimmt weiterhelfen. Ihr könnt eure Wunschberatung direkt über meine Homepage aussuchen und buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In der Verlosung gibt es noch einmal mein Jahreshoroskopbuch zu gewinnen und für euch lohnt sich das besonders, denn ihr kriegt ja ganz, ganz heiße Aspekte für die Liebe und da könnt ihr vorab schon mal nachschlagen, wie sich die Liebesplaneten später im Jahr für euer Sternzeichen auswirken. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund, der auch jetzt im März für euch gültig ist, erfahrt ihr im ersten Teil des Jahreshoroskops oder ihr könnt es im Buch nachschlagen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen. Daran ändert sich nicht viel, für euch werden im März diese Änderungen wichtig. Der Mondknoten steht jetzt auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 5. bis 8. August und anregende Impulse von Uranus empfangen die Geburtstagskinder vom 18. bis 22. August. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen an. Der Monat fängt an mit einem günstigen Mars für die dritte Dekade hier im Schützen. Das ist schon mal gut für prickelnde Erotik und heiße Affären. Die Venus, die Sonne und der Merkur stehen in den Fischen in eurem achten Haus der Verbindlichkeiten. Ihr habt wahrscheinlich die Sehnsucht danach, mit eurem festen Partner gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, aber es kann auch bei einer Träumerei und Schwärmerei bleiben. Der Vollmond am 2. März wirft ein Licht auf diese Sehnsüchte und vielleicht müsst ihr einfach mal einen Kassensturz machen, ob ihr euch gewisse Dinge leisten könnt und wollt. Wenn ihr dann eure gemeinsamen Träume umsetzen wollt, müsst ihr euch einen Ruck geben und schauen, was da realistisch ist. Dabei können euch die Venus und der Merkur helfen. Die gehen nämlich am 6. und 7. ins Zeichen Widder und aktivieren eure Lust am Planen und Umsetzen. Freitag, der 9. März ist sogar ein Top-Tag für euch, sowohl für die Lust und die Liebe als auch um einen Ausflug zu machen und nette Leute zu besuchen und eben auch für Liebespläne. Die dritte Dekade hat das ganze Wochenende darauf noch super schöne Flirt- und Erotikaspekte. Ab dem 11. März beginnt die kritische Phase, die für viele auch zu Liebesproblemen führt. Ihr seid davon nicht so sehr betroffen, aber für euch könnte das zum Beispiel sein, dass ihr Stress im Job habt und das beeinträchtigt vielleicht euer Privatleben. Denn die Aspekte zeigen in den Bereich des Jobs bei euch. Vielleicht habt ihr auch etwas Tolles vor und kommt nur nicht dazu, weil ihr für andere Überstunden schieben müsst. Oder euer Partner ist vielleicht ein Widder, Krebs, Waage oder Steinbock und die sind in der zweiten Monatshälfte teilweise ungenießbar, weil sie die Stressaspekte direkt auf ihre Sternzeichen kriegen. Am besten, ihr nehmt das alles nicht persönlich, weil es wahrscheinlich wirklich nicht an euch liegt. Vielleicht könnt ihr ja für ein bisschen Humor und Entspannung sorgen und ein paar angenehme Unternehmungen anregen, wenn euer Partner gestresst ist. Der Neumond am 17. März findet in den Fischen statt und fällt auch in euer 8. Haus der Verbindlichkeiten und des Verborgenen. Für Löwen, die sich für die Geheimnisse des Lebens interessieren oder in heilenden Berufen oder als Krisenmanager oder Berater tätig sind, ist das eine exzellente Konstellation, um Erkenntnisse über die kniffligen Prozesse zu bekommen, mit denen sie sich gerade beschäftigen. Ihr könnt die Konstellation auch nutzen, um über eure eigenen Ängste und Probleme nachzudenken, von denen niemand wissen darf, dass ihr als stolze Löwen sie überhaupt habt. Aber ihr seid ja auch nur Menschen. Wenn ihr eine enge, vertraute Beziehung zu eurem Partner habt, könnt ihr auch gemeinsam über eure Vorhaben, Wünsche und Träume meditieren und sie euch gegenseitig anvertrauen. Am 17. wechselt auch der Mars später am Abend. Das Zeichen, er geht dann aus dem vorteilhaften Aspekt hier im Schützen zur Löwesonne heraus und in den Steinbock. Und dann wird es ein bisschen zäher. Vor allem im Job kann es dann zu nervigen Situationen kommen, bei denen es ein Tauziehen darum gibt, welche Vorhaben umgesetzt werden oder sogar um die gesamte Firmenphilosophie. Da werdet ihr getestet, ob ihr beruflich hinter dem steht, was ihr macht. Diese Phase zieht sich hin bis zum 15. Mai und danach geht es bei euch rund, denn dann geht der Mars für mehrere Monate bei euch ins Partnerhaus. Wenn ihr jetzt schon mal wissen wollt, was das bedeutet, schaut euch euer Jahreshoroskop Teil 2 an oder schlagt es im Buch nach. Am 20. April um 17.15 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne Bildungszeichen Widder und bildet für vier Wochen einen superschönen vitalisierenden Aspekt zu eurem Sternzeichen. Doch die Sonne im Widder wird bis Ende März erstmal ziemlich stressige Aspekte zu Mars und Saturn bilden und die stehen bei euch im Jobbereich. Dort wird auch der Merkur ab dem 23. März rückläufig und das bis zum 15. April. Ihr habt also weiterhin mit dem Thema zu tun, dass berufliche Themen euch stark beanspruchen, auch weil sich Pläne ändern, Zusagen zurückgezogen werden oder weil Informationen verloren gehen. Es kann übrigens auch ein Gesundheitsthema sein, denn das sechste Haus ist ja auch das Haus der Gesundheit. Mars, Saturn, das kann Probleme mit den Zähnen anzeigen und ihr stellt möglicherweise fest, dass ihr mal zum Zahnarzt gehen solltet. Jedenfalls können diese Aspekte dazu führen, dass eure schönen Pläne und Ideen hier mit dem mit dem Planeten im Widder zum Beispiel zu verreisen oder etwas für eure Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass die durchkreuzt werden, weil ihr euch um Job und Gesundheit kümmern müsst. Aber glücklicherweise sind ja dann die Osterferien und vielleicht habt ihr ja dann auch frei. Bucht am besten eure Ferientickets vor dem 23. Danach kann euch der rückläufige Merkur dazwischen funken und auch wenn die Reise schon geplant ist, rechnet damit, dass sich Dinge wieder ändern und bleibt gelassen. Für die Liebe und zum Flirten gibt es noch zwei Top-Tage am 27. und 28. März, besonders wenn ihr dann auf Reisen seid. Am Ostersamstag, den 31. März, haben wir noch mal einen Vollmond und der kann ein Schlaglicht auf die vorangegangenen Konflikte werfen, die euch eher nur indirekt betreffen. Versucht gelassen zu bleiben und euch nicht hineinziehen zu lassen, denn der Vollmond steht harmonisch zur Löwesonne. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen, dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch noch mal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja und in der Verlosung könnt ihr diesmal noch mal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.